hallo freunde und ich habe das schon ich habe nicht aufgenommen weil ich dachte das dauert dann zu lange man sieht hier habe ich arthurias schild hergestellt ist wirklich gut ja und jetzt muss ich also ich brauche dämonen titanit müsste ich kurz noch da nach unten nein die leben noch also die leben wieder immer wieder kommen immer wieder sie werden sehen dass mein schwer mein schild wirklich geil ist also die selbstfestung also wir gehen nur kurz nach unten habt ihr gesehen kein schaden nichts also die physische physische angriffe kann man jetzt besser blocken ich habe übrigens 25.000 zählen das ist das ist nicht schlecht und man muss ich mich da fahren lassen sieht ihr den Kollegen da ja weil ich keine pfeile habe oh warte mal habe ich getroffen nein ich muss mich heilen jetzt mach schnell mach schnell ja wie man sieht okay geschafft der ist tot der mond titanit ja wir haben bekommen so super super das ist gut jetzt kann ich weiter hier gibt es noch mehrere der babo wartet schon es gibt einen ring dank die balance ist dann besser und so ich weiß aber egal es geht auch so gut genau ja da hat er Respekt vor uns er wird uns nicht ah wenn ich das nehme nein komischer typ ah jetzt bist du jetzt bist du oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott schlagen und dann oh nein 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 oh nein ich bin tot oh nein scheiße ja komm trink 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 Sense aha scheiße aaaaiaiaiai komm nein nein ok heilen oh oh so noch einmal Dämonen titanit das brauche ich damit ich äh mein Schild verbessere heilen jo ok komm 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 es gibt noch einen glaube ich ja müsste noch einer da sein einer geht noch einer geht noch einer geht noch komm wo war das oha ne bleib oben so gehts auch genau sogar zwei sind es na super ja ok uuuuuh oh mein Gott ich sterbe trink trink ok 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 gut gut oh man ok also ich hab schon wenig Leben oder? trink 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 pfff Mann was für ein Gegner sieht schon geil aus oh shit nein aaaah shit egal egal kein Problem weil ähm die anderen sind jetzt tot hab ich den hh 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 war das? Oh Mann. Oh Mann, hab ich das nicht? Hab ich das nicht? Nein, wir haben es nicht. Scheiße, nicht gut. Okay. Egal. Egal, kein Problem. Oh Mann, ich brauche meine Seelen. 30.000 Seelen waren das. Aber gut, wenn die einmal sterben, dann sind sie weg. Dann sind sie Geschichte. Das ist gut. Wenigstens das. Okay. Oha. Oha. So tot. Also meine Vitalität ist schon sehr wenig. Also ich habe viel Habi gewonnen. Oha. Vitalität genutzt. Also schon schon wenig. Kommt. Genau da. Jetzt habe ich 500 Seelen bekommen. Einer hat selbst Mordgamer. Komm. Ne, ne, ne. Ich gucke, dass es so ist. Oh mein Gott. Scheiße. Komm. Einmal. Zwei. Einmal. Oh shit. Oh. Genau. Weg. Heilen. So. Komm. Komm. Was macht der? Oh Mann. Der müsste meine Helle Bauden. Nein. Oh fuck. Scheiße. Oh. Junge, Junge. Das ist so scheiße. Dieser Gegner. Diese zwei, die stressen mich gerade. Und 31 Seelen sind weg. Oh fuck. Oh man. Ich brauche so einen Ring. So einen Balance Ring oder so. Wie der heißt. Keine Ahnung. Oh man. Wird auch nicht besser, wenn ich dich beeile. Ich sollte das in Rüder machen. Okay. So. Also im nächsten Part kommt ein Boss Gegner wieder. So ein Schmetterling oder so. Ja aber es ist äh giftiger Schmetterling. Motte glaube ich. Oder so. Ich weiß nicht wie es heißt. Aber auf jeden Fall. Im nächsten Part. Wird das kommen. Hoffe ich mal. Komm. Lauf. Ich sollte Menschlichkeit kaufen. Oh scheiße. Ja Menschlichkeit. Müsste ich wirklich kaufen. Oder farmen. Noch besser. Oh. So. Nichts passiert. Gut. Gleich mal. Wie man sieht. Was für deinen Gegner ne. Ja komm doch. So gehst du mal weg. Wenn ich jetzt sterbe. Das sehe ich aus. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wie ist es passiert? Gut. Nein. Ja gut. Au. Hey. Was ist das? Kleine Schlag. Oh nein. Das war knapp ne. Ja. Willst mich packen ne. Willst mich packen. Nichts gibt zum packen. So. Oh nein. Oh nein. Warte. Warte. Doktor. Doktore. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sterbe. Ja. Das war's. Geschichte. Wir sind Geschichte. Trink. Trink. So. Der geht nach hinten. Was ist los? Was ist los mit dem? Boah. Nicht getroffen. Komm. Komm schon. Komm. Komm du Krieger. So. Jetzt noch. Ich mach so wenig Schaden. Ich kann. Ich kann es nicht glauben. So. Zwei. Zwei Schläge. Höchstens. So eine. Ja. Noch einen. Ja. Tschüss. So. Ah. Geschafft. Was hab ich jetzt bekommen? 3000 Seelen plus Demont Tamid. Ah. Jetzt noch ein Gegner. Komm. Oh. Oh. Oha. Übertreib. Moruk. Übertreib. Jetzt geht ihr wieder gleich weit. Oh shit. Oh shit. Heilen. Schnell. Oh. 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 Oha. Scheiße. So, noch einmal. Ey, der hat so viel Leben. Extrem. Nein, jetzt ist es gewesen. Wenn er mich jetzt packt, dann bin ich tot. Wieso betreibe ich immer? Mach doch langsam. Oh mein Gott. Aber der hat so viel Leben. Übertrieben. So, jetzt. Ich habe genau gewusst, dass er das macht. Ich bin tot? Das ist der Babo gewesen. Man, die Zeit ist fast um. Scheiße. Uff. Jetzt sieht der Untoten. Ich, nein, nicht das. Die Sehensfestung. Ich hasse dieses Gebiet. Ich hasse es. Uff, 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 uff. Also, so viel Schaden mache ich auch nicht, irgendwie. So, so extrem viel mache ich auch nicht. Aber Kondition ist auch nicht schlecht eigentlich, aber. Oh, 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 oh. Warte, warte, warte. Genau, jetzt. Jetzt kannst du. Sowieso noch mal heilen. Also, ich hoffe jetzt, dass wir das schaffen. Ich bin genug gestorben. Ja, und im nächsten Part gehen wir zum Finsterwurzgarten. Ja, und hoffen, dass wir den Boss finden, weil ich weiß nicht, wo lang, aber ich kann es noch ein bisschen. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber, ja, wir werden sehen. Oh, 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 oh. Ja, nicht, ja, nicht verrecken. So. Oha, was macht er? Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein, geh weg. Heile, mein Gott, ich sterbe. Okay. Ja, wir sind langsam. Artorias, shit, ich liebe dich. Du bist so geil. Du bist so geil, ich schwöre. So, noch einmal. Nein. Oh, oh, oh. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. Scheiße. Nee. So ein Scheißgänger. Oh mein Gott. Ich mach's mir so schwer. Hätte ich jetzt diesen Ring, wäre das alles viel einfacher. Dann würden wir nicht so kleben. Auf diesem Teer, oder was das ist? Öl, Teer, ja, Teer ist das, ne? So, tot. Bam. Rasiert. So, nach zehnmal. Endlich. Okay, gut. Dann können wir zurückgehen. Zurück zum Leuchtfeuer. Ja, geschafft. Endlich. Wah. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.